Was hältst du von dem Gerücht, dass Real 100 Millionen plus Kammer Winger auf den Tisch legt? Wofür? Sind wir schon wieder in der Jahreszeit angelangt, wo es die Real Madrid-Zahl-Geld-plus-drei-Spieler-Gerüchte gibt, oder was? Für wen denn jetzt? Bellingham, oder was? Safe, glaube ich, das wird passieren. Kammer Winger zu Dortmund, here we go. Das ist ungefähr genauso legit wie das Gerücht damals, wo es hieß, Barcelona gibt Griezmann, MTT, Sergio Roberto und irgendwie, keine Ahnung, noch ein Stück Rasen ab für Neymar. Und 50 Millionen. Bruder, das sind immer die besten Gerüchte, Alter. Also ich kann dir eine Sache sagen, wahrscheinlich Dortmund-Fan, ne? Ein Zaui, Bruder. Der BVB Borussia Dortmund wird Kammer Winger nicht fest verpflichten. Es wird nicht passieren, glaube ich. Und ich muss ganz ehrlicherweise sagen, ich sehe auch gar nicht, dass Bellingham zu Real Madrid geht. Bellingham ist für mich irgendwie so ein ziemlich klares Liverpool-Chelsea-Man-City-Ding. Eigentlich eher so Liverpool, keine Ahnung. Bellingham-Liverpool ist so für mich, keine Ahnung, das ist einfach confirmed für mich. Confirmed. Aber gut. Ich war auch felsenfest davon überzeugt, dass Kylian Mbappe zu Real geht. Ist halt auch nicht passiert, ne? Kommt auf Enzo an. Ich sag dir ehrlich, ob die das Geld haben, sei mal dahingestellt. Aber wenn ich Liverpool wäre, dann würde ich in Enzo und Bellingham reingehen. Ich feiere das Mittelfeld von Liverpool gar nicht. Also was heißt gar nicht, aber kann man nachbessern auf jeden Fall. Und die sind halt auch scheiße verletzungsanfällig da alle, ne? Hauptsache die zahlen 150 Millionen, Rest egal. Was ist denn der Rekordabgang aus der Bundesliga? Ah, es ist Uzi Usman, ne? Was hat ein Uzi Usman nochmal gekostet? Der war auch scheiße teuer. Enzo ist so gut wie bei Chelsea? Ah, okay, ja gut. Herr Usman war doch irgendwie, glaube ich, 150 Millionen mit Bonis oder so, ne? Oder war es 120? Ja, ich glaube auch so 140 mit Bonis, ne? Also ich sag euch ganz ehrlich, also dreistellig ist ja Bellingham sowieso. Wo sich die Dortmunder halt so ein bisschen von verabschieden müssen oder wo, sag ich mal, sich auch die Bundesliga mit anfreunden muss. Also ich kann ja selbst als Schalke-Fan sagen, man will ja immer, dass halt solche geilen Spiele auch in der Bundesliga spielen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt bei Borussia Dortmund, aber ich meine, überleg mal, letzte Saison haben Haaland und Lewandowski noch Bundesliga gespielt, ne? Ist schon ein bisschen sad. Ich glaube, wo sich die Dortmunder ein bisschen mit abfinden müssen oder auch die Bundesliga, das war mein Punkt, ist, dass der halt nicht noch ein Jahr länger bleibt. Das stand ja so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wo das Gerücht auf einmal herkam. Auf einmal wurde irgendwie gesagt, ja und Bellingham und der bleibt noch ein Jahr bei Dortmund, der nimmt da voll die Führungsrolle an. Ach, Paul Lahnar, Digga. Bellingham ist am Ende der Saison zu eine Million Prozent weg. Zu eine Million Prozent. Und das Gute ist für Dortmund, anscheinend ist da ja keine Ausschieksklausel drin, der Mann hat noch ein bisschen Vertrag. Also, das Ding muss ja mit, also Bellingham, sage ich euch ehrlich, für das, was der verspricht. Also, ihr fragt ja jetzt, ihr fragt den Schalke-Fan? Wallabilla, der Typ muss 150 Millionen kosten. Wenn irgendwelche Schwänze aus der portugiesischen Liga, kein Disperspekt an Enzo, ne halbwegs gute WM spielen und auf einmal 120 Millionen kosten sollen, dann muss Bellingham nochmal ein bisschen mehr kosten. Ich sage es euch so, wie es ist. Also, wenn Bellingham unter 100 Millionen kostet, dann habe ich den Glauben an die Bundesliga verloren. Dann gibt es mittlerweile wirklich Bundesliga-Tags und zwar Negativ-Tags. Das ist dann quasi wie Minuszins, den man da in der Bundesliga zahlt. Also, das wäre ja wirklich asozial frech. Aber Dortmund ist ja eigentlich auch in einer guten Position, ne. Also, ich sage es euch so, wie es ist. Dortmund hat eine super Position. Haben sie bei Mbapp auch gesagt, dass er zu einer Million Prozent wechselt, Hoffnungsschiff zuletzt? Ja, gut, aber da musst du halt auch fairerweise sagen, der Unterschied halt zwischen Dortmund und PSG ist ja offensichtlich, dass wenn PSG einen Spieler halten möchte, dass sie dann halt einfach auf so einen Mbapp dann halt einen richtig dicken Geldkoffer werfen. Weil PSG einfach ein Fußballverein ist, für den die normalen Gesetze der Wirtschaftlichkeit halt nicht gelten. So, weißt du, wenn Dortmund halt so einen Spieler wie Bellingham halten will, dann muss das halt alles irgendwo auch in einem vertretbaren Rahmen passieren. Aber, was ist denn für Dortmund, also jetzt mal ohne Scheiß, was ist denn für Dortmund der vertretbare Name, äh, vertretbare Rahmen? So, du müsstest dem eine Gehaltserhöhung nochmal geben und würdest halt potenziell, also verlängern würde, glaube ich, Bellingham sowieso nicht mehr bei Dortmund. Und, also, keine Ahnung, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Es ist der perfekte Zeitpunkt. Bellingham spielt die beste Saison seiner Karriere, hat sich bei der Weltmeisterschaft im englischen Nationalteam durchgesetzt und von seiner besten Seite gezeigt. Die englischen Vereine, anscheinend ja auch Real Madrid, werden sich am Ende der Saison um den kloppen. Und, ähm, dann wird am Ende ein schönes dreistelliges Millionensümmchen rumkommen. Und, äh, ja, also, ehrlich gesagt, also, es gibt ja nun mal wirklich, und das ist ja Fluch und Segen zugleich. Borussia Dortmund hat sich in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren, einen überragenden Ruf aufgebaut, was diese jungen Talente, diese Talentförderung angeht. Und dadurch hast du einfach diese riesige Möglichkeit, weil dir dein Ruf natürlich vorauseilt, einfach gefühlt jedes Supertalent auf diesem Planeten, wenn man sich frühzeitig um den bemüht zu bekommen. Weil Dortmund einfach der perfekte Verein ist, um als junger Spieler deine Karriere zu starten. Aber, und das ist die Kehrseite der Medaille, dadurch ist halt nun mal Borussia Dortmund einfach ein Sprungbrettverein, wo halt junge Spieler hingehen, die dort halt zwei, drei, also im Idealfall jetzt, ne, sich zwei, drei, vielleicht auch vier Jahre entwickeln und dann wollen die halt irgendwann den größeren Schritt gehen. Und das liegt meines Erachtens nach gar nicht mal so krass an Dortmund, weil Dortmund hat ja super Voraussetzungen. Du spielst oben in der Liga mit. Du spielst jedes Jahr Champions League. Dortmund ist ja auch zumindest mal ein Verein, der in den letzten Jahren dann in der Champions League immer mal wieder auch für Furore gesorgt hat oder halt auch gut mitgespielt hat. Ne, klar waren da auch ein paar schlechtere Champions League Kampagnen dabei wie letztes Jahr. Aber normalerweise hast du die Chance, als junges Talent bei Dortmund dann jedes Jahr mindestens sechs, meistens sogar eher acht Champions League Spiele zu machen. Das ist alles super. Das Problem ist einfach nur, was dieses Geschäftsmodell von Dortmund so ein bisschen in den Boden stampft, ist halt einfach diese unfassbar unbrechbare Dominanz von den Bayern. Und diese Dominanz kannst du nicht brechen. Und das liegt weniger an Borussia Dortmund, sondern mehr an den Bayern, weil die sowohl wirtschaftlich, als auch sportlich, als auch imagetechnisch, Brand, von der Brandgröße her, die sind da halt nochmal sooo viele Jahre voraus. Deshalb ist die Liga einfach uninteressant. Und jeder Spieler will Titel gewinnen. Und irgendwann als junger Spieler, nach zwei, drei, vier Jahren Dortmund, denkst du dir halt, ey, guck mal, ich kann nach England gehen, da gibt es nochmal ein bisschen mehr Geld. Ich spiele in der besten Liga der Welt, in der Champions League komme ich vielleicht mal ein, zwei Runden weiter, vielleicht kann ich dort Meister werden. Und was man bei Bellingham ja nicht vergessen darf, und das ist eine riesengroße Magie, das hat man damals bei Sancho gesehen, dem fällt das jetzt ein bisschen auf die Füße. Diese Möglichkeit als englischer Spieler in der Premier League zu spielen, als Nationalspieler, das darf man nicht, also das darf unterschätzen, das ist das falsche Wort, das kann man nicht hoch genug hängen. Weil wir alle wissen, wie die Engländer sind. Für die Engländer gibt es halt die Premier League, hier ist die Premier League, ungefähr gleichauf ist die Champions League, und dann kommt Jahre nix, dann kommen Barca und Real, und alles andere ist ein Farmers League Verein. So, also so ist bei vielen englischen Fans das Bewusstsein des internationalen Fußballs. Und du weißt halt auch als englischer Spieler, wenn du dich in der Premier League beweist, dann kannst du da zur absoluten Legende werden. Lustigerweise anders als in Deutschland. Lustigerweise anders als in Deutschland. Wenn du ein richtiger deutscher Top, Top, Topstar werden möchtest, dann musst du ins Ausland gehen, wie zum Beispiel Toni Kroos. Ja, okay, muss, das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ja. Mal gucken, was 2024 passiert mit Wirtz. Ja, was passiert 2024 mit Wirtz? Also Bayern München kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil ich einfach auf der Position Musiala geparkt sehe. Mir jetzt zumindest gerade so ein bisschen die Vorstellungskraft fehlt, Musiala und Wirtz in ein System einzugliedern. Aber ich bin am Ende auch nur der FIFA-Youtuber und nicht Julian Nagelsmann, vielleicht kriegt das hin, ne? Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017